News und Talks für Gebildete. Der Weltnachrichtensender hat veröffentlicht, dass ungefähr um die 70% der Bevölkerung eine Verschlechterung beim Klima innerhalb des letzten Jahres sehen. Also der ganze Wirbel von Greta Thunberg und Fridays for Future hat zwar überall Lippenbekenntnisse gebracht, aber das tatsächliche Verhalten der Weltbevölkerung ist mehr CO2-Ausstoß. Vielleicht sogar noch mehr, als wenn es Fridays for Future und Greta Thunberg nicht gegeben hätte, weiß man nicht. Also völliges Scheitern, weil sie eben nicht mit den zweiten Scientists for Future 2 zusammenarbeiten, die als einzige das Problem lösen könnten. So, dann stellt sich auch die Frage, ja übrigens auch die FAZ hat ja auch berichtet, dass auch ein Müllmann, ein städtischer Müllmann auch berichtet hat, dass also im letzten Jahr auch die Vermüllung seiner Stadt weiter zugenommen hat. Also das heißt, da ist kein Greta-Effekt und kein Fridays for Future-Effekt zu sehen. Das ist ein schönes Thema, worüber schön in den Medien geplaudert wird, aber da die Lösung der zweiten Scientists for Future 2 fehlt, wird sich nichts ändern. Das ist, weil das alles ein bisschen sehr schwierig ist, ohne die zweiten Scientists for Future 2. Gut, dann stellt sich ja auch die Frage, ob die kapitalistische oder sozialmarktwirtschaftliche Wissenschaft deswegen hinter den Fridays for Future steht, weil es darum geht, die Lösung des Problems zu verhindern. Also das ist so, was man sich fragen muss, denn sozusagen, ja, unsere sozialmarktwirtschaftliche Wissenschaft, ja, ist die überhaupt in der Lage, so unsere Massenwissenschaft, unsere kommerzialisierte Massenwissenschaft, hat die überhaupt ein Interesse und überhaupt ein Interesse an der Lösung des Problems durch Beendigung der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus? Naja, auf jeden Fall fehlt offensichtlich das Verständnis schon mal dafür. Ja, und dann können wir heute mal als Thema ganz kurz sagen, es wird ja immer so rumgehetzt, also, es ist ja vollkommen richtig, also Stalin, Mao, Honecker und all diese Sachen sind ja alle gescheitert. Auch wird ja immer oft gesagt, dass sie gescheitert sind wegen der Planwirtschaft. Ja, aber die Wahrheit ist, sie sind also nur deswegen gescheitert, weil sie einen falschen Kommunismus versucht haben. Einen nötigenden Kommunismus, einen aufzwingenden Kommunismus und nicht einen sich von selbst entwickelnden Kommunismus. Denn die zweiten Scientists for Future 2 haben ja herausgefunden, dass wenn man den sozialmarktwirtschaftlichen kapitalistischen Unterdrückungsdruck wegnimmt und beendet, dass sich dann höchstwahrscheinlich die Gene des Menschen wieder sozusagen durchsetzen und seine natürliche Lebensweise, nämlich die kommunistische Lebensweise, echte kommunistische Lebensweise herstellen. Aber auch daran darf nicht mit Druck gearbeitet werden, sondern allerhöchstens mit Empfehlungen und sanften Empfehlungen. Und dann ist es auch möglich, eine echte kommunistische Planwirtschaft zu machen. Darum geht es ja. Also die gescheiterten Planwirtschaften, das kennen wir ja alles. Da hat man gedacht, man wüsste, wo, wann, wie viele Schrauben gebraucht werden und hat einen Plan aufgestellt. Und dann hat dieser Plan, stand dann in keinem Verhältnis zur Realität, entweder wurden zu viele Schrauben hergestellt oder zu wenig Schrauben hergestellt. Auf jeden Fall, entweder gab es Mangel oder Überproduktion und damit ruiniert man natürlich jede Volkswirtschaft sozusagen. Also wenn es darum geht, wie viele Schrauben hergestellt zu werden, dann muss man Marktkräfte nutzen, auch in einer echten kommunistischen Planwirtschaft. Aber wenn es darum geht, die Wirtschaft planmäßig zu lenken, also eine echte kommunistische Planwirtschaft zu machen, dann muss man eben die Wohlfühlnoten, meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitsdaten zur Ermittlungsgrundlage für den Verdienst jedes Wirtschaftstreibenden sozusagen herziehen. Und wenn man das macht, also wenn quasi die Wohlfühlnoten je aller Bürger zusammengenommen sozusagen und die Gesundheitsdaten aller Bürger, also über alle sozusagen zur Ermittlung aller Verdienste und Einnahmen aller Wirtschaftstreibenden herangezogen werden, dann ist das der entscheidende Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft und die einzige echte kommunistische Planwirtschaft und die einzige, die funktionieren kann. Nämlich die Lenkung und Planung der Wirtschaft in Richtung Gesundheitsförderung bringt gutes Gehalt, Gesundheitsschädigung und Wohlbefindensschädigung der Menschen bringt schlechtes Gehalt, Umweltvergiftung und damit Menschenvergiftung bringt schlechte Wohlfühlnoten und schlechte Gesundheitsdaten bringt geringe Gehälter und Einnahmen. Umweltreinigung, Umweltreinigung, Klimareparatur bringt gut bessere Wohlfühlnoten, bessere Gesundheitsdaten und dadurch dann eben bessere Gehälter und bessere Einnahmen. Ja, solch eine, also nur solch eine echte kommunistische Planwirtschaft fußend auf allerneuesten Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis, die bringt es sozusagen und die stellt die richtige Form der Beendigung des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft dar. Und alle alten Formen der Planwirtschaft, die können wir gerne alle getrost auf den Müll werfen. Da wissen wir ja, dass die alle nicht funktionieren. Also wahrscheinlich muss man auch auf Dauer einen gewissen Marktanteil drin lassen, damit eben nicht zu viel oder zu wenig Schrauben produziert werden. Und, aber an der, die gesamte Wirtschaft muss durch eine echte kommunistische Planwirtschaft gelenkt werden, aber nur bezüglich Wohlfühlnoten, Gesundheitsdaten und so weiter, aber nicht bis in die Schraube hinein. Denn da müssen dann die Marktkräfte, da sind dann die Marktkräfte besser sozusagen. Ja, alles klar, tschüssi.